das ist iso das ist katharina er ist musiker sie ist tanztussi äh tänzerin anti-zongmaschine das ist ein musiktanztheater stück für kinder mit einer tänzerin und ein musiker live musik und die stadt frankfurt unterstützen sogar ein bisschen dabei aber nicht ganz deswegen brauchen wir für dieses stück in dem es um smartphones geht und apps und was man dagegen so gut crowdfunding crowd das hat was mit rotkraut zu tun wir brauchen geld wir hoffen sehr dass sie uns ein klitzekleines bisschen geht einfach so zum spaß das stück heißt anti-zongmaschine und anti-zong hey gib uns doch ein kleines bisschen geld muss nicht viel sein kleines bisschen system wird neu gebootet ich bin was kann ich für dich tun ich habe nämlich keines machen in so schlechtem geld betteln dann kommt